Ich bin zuversichtlich, meine Damen und Herren, dass Adamantius Corais, wenn er den 200. Jahrestag des Ausbruchs der griechischen Revolution mit uns in Berlin freien würde, es zu schätzen wüsste, dass er zusammen mit dem Dichter der Hymne an die Freiheit und der freien Belagerten erinnert wird. Auch wenn er Dionisio Cholomos vielleicht dafür kritisieren würde, dass er nicht auf den Adelstitel des Conte, des Grafen verzichtet hatte. Ein Privileg, das das aufgeklärte und revolutionäre Prinzip der Gleichheit des Menschen untergrub und den ersten Artikel der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 widersprach. Diesen hat der Korais selbst in jenen ersten Jahren des Kampfes um die griechische Unabhängigkeit ins griechische Übersetzte. Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Auch trotz dieses Einwandes gegen den Dichter aus Aikinthus, der seine Formation einer hybriden Zone italienisch-venetianischer Tradition, deutsch-idealistischen Kosmopolitismus und griechisch-nationalen Projektionen verdankte, würde er zweifelsohne seine Gesellschaft vorziehen, jener paradoxen Koexistenz vor den Propyläen der Universität Athen. Da gibt es ein Problem, fürchte ich, mit der PowerPoint-Präsentation. Mit der Statue des Patriarchen Gregor V., der vor der Revolution ein passionierter Gegner der Verbreitung des Gedankens der französischen Aufklärung in den griechischen Bildungsstädten war, geschweige denn ab 1931 mit der Statue des Grafen und Bevollmächtigten des Zaren im Wiener Kongress von 1815, Johannes Kapodistrias, der denn die dritte Nationalversammlung in Trisina im März 1827 zum ersten Regenten Griechenlands gewählt hat und Korais trotz anfänglicher Sympathie und Unterstützung als Tyrannen stilisierte, als er während der Staatsbildung die Verfassung von Trisina und deren Bürgerfreiheiten außer Kraft setzten. Immerhin war ihm 1874 die Statue von Regers Velestenlis vorausgegangen des tapferen Mörderers der Freiheit, wie Korais in der anonymen Broszüre Adelficidi das Caler, brüderliche Unterweisung, über ihn schrieb. Regers, der 1797, ein Jahr vor seiner Hinrichtung, den ersten Verfassungsentwurf im Osmanischen Reich erstellte, nach dem Vorbild der Revolutionsverfassung der Jakobiner von 1793. Die Statue von Regers weite während der Festlichkeiten zum 50. Jahrestag der Revolution das skulpturale Pantheon der Freiheit der Griechen an der heutigen Panepistemiostraße ein. Noch ein wirksamer Kompromiss der modernen griechischen Ideologie, um mit Capacita di Maras zu sprechen, dem Forscher, dem die Neokrassistik die Vorreiterrolle in der systematischen Erforschung der neugriechischen Ideengeschichte verdankt. Der effektive Kompromiss der modernen griechischen Ideologie, der Ideologie, die sich in Griechenland der postrevolutionären Zeit tatsächlich herausbildete, während der politischen Romantik des Nationalen Königreichs, liegt natürlich in der monumentalen Koexistenz verschiedener und gegensätzlicher historischer Figuren, sowie in der stillschweigenden Beseitigung aller entscheidenden Unterschiede zwischen ihnen. Es sind aber genau diese Unterschiede, die für einen reflektierten und kritischen Umgang mit der eigenen und der transnationalen Geschichte von Bedeutung sind, bei einem Jahrestag wie dem diesjährigen an Aktualität gewinnen und unsere Erwartungen für die Zukunft mitprägen. Wie haben die Akteure, aber auch Akteurinnen von damals das Ideal der Freiheit Griechenlands konzipiert und ihr Handeln auf der Basis dieser Konzeptualisierungen mit der Feder oder mit dem Schwert ausgerichtet? Was Adamantus Korais und seine Auffassung von der Freiheit der Griechen betrifft, so betonte bereits 1963 Capacita de Maras, dass das entscheidende Thema seiner Schriften das folgende sei. Der Mensch in der politischen Gesellschaft und natürlich für Korais besonders der griechische Mensch in der politischen Gesellschaft. Ich zitiere, Der Mensch, verwundet durch Ungerechtigkeit, durch Freiheitsberaubung, der in der Bildung seiner Zeit das Material findet, das seine Bitterkeit entfacht und das Material, das sie zu Lösungen für die Erlösung kanalisiert. Seine doppelte Erfahrung, die individuelle und die nationale, rational informiert durch die Lehre der Werke, die ihm das Denken lehrten, bringt ihn zu den einfachen Mustern des Hasses auf den Tyrannen und der Unterstützung der Aufklärung. Aus diesen Gründen hat der Begriff der Freiheit in seinem Werk eine eigentümlich universelle Konnotation. Er, der mit seiner außerordentlichen Sensibilität die griechischen Angelegenheiten mit denen des Westens vergleichend unter einem scharten, fremden Joch lebte, beschränkt seine Theorie nicht, wie man erfahren könnte, auf die nationale Freiheit, die nationale Unabhängigkeit. Er fordert, dass der Mensch universell frei ist. Stattende. Wie die Verflechtungen der Forderung nach nationaler Freiheit, der Freiheit der Griechen, mit dieser universellen Freiheit, dem freien Menschen, im Denken und Handeln von Correis zu verstehen ist, steht offensichtlich im Vordergrund unserer heutigen Frage. Mit anderen Worten, wie hat Correis, der vielleicht zentralste Intellektuelle des griechischen Nationalismus während des Übergangs vom Osmanischen Reich zum modernen Nationalstaat, und einer der wichtigsten Figuren in den transnationalen Beziehungen der 1820er Jahre, die die griechische Revolution zu einem europäischen Ereignis gemacht haben. Wie hat Correis als Akteur der griechischen nationalen Erhebung die politische Gesellschaft konzipiert, in der es, wie er 1825 an die politischen und militärischen Behörden in Nachbindung schritt, kein anderes Mittel zur Vorbereitung auf die Freiheit und zu ihrer Bewahrung gibt, als in den Worten des Apostel Paulus die Erziehung zur Gerechtigkeit. Im Vorwort des 1831 erschienenen kommentierten Übersetzungs der Pastoralbriefe von Paulus, Antimotheus und Titus war Correis jedoch unerbittlich über das Ergebnis der Bemühungen, als er dafür eintritt, dass Griechenland von beschnittenen Türken befreit worden ist, um von unbeschnittenen Türken, das heißt von Griechen mit tyrannischen Methoden, regiert zu werden. Ich zitiere. Wir haben das Griechische Land von den Türken befreit. Aber wie viele und wer von uns hat seine Seele von den berüchtigten Anschauungen der Türken befreit? Der tyrannische Wunsch, in allem der Erste zu sein, besitzt fast alle von uns. Die Habsucht hat viele angesteckt, sowohl die Hände als auch die Seelen, und die Gier wartet auf den Waffenstillstand, um ihre Macht zu offenbaren, wenn sie sie noch nicht gezeigt hat. Wir haben uns die Freiheit vorgestellt, nicht als Gleichheit an den Rechten der Bürger, wo niemand ungerecht ist oder ungerecht behandelt wird, sondern als die Macht zu tun, was wir wollen, wie die törichten Korfjörten, die einst für den Missbrauch der Freiheit verurteilt wurden. Wir errümmen uns wie sie der Freiheit, die wir mit den schmutzigen Wegen der Tyrannen und der Tyrannisierten verunreinigt haben. Die Erlangung der physischen Freiheit ist keine große Errungenschaft. Und diese irrationalen Tiere werden oft mit ihren natürlichen Waffen durch den Jäger oder den quälenden Menschen befreit. Aber der Mensch kann sich seiner Freiheit nur dann wirklich rühmen, wenn er fähig geworden ist, sie gut zu bewahren, und ihre Bewahrung ohne Tugend ist unmöglich. Die Eckpfeiler der Konzeptualisierung der Freiheit nach Korais wurden somit benannt. Gleichkeit, Gerechtigkeit, Tugend und Bildung. Ihre Herkunft aus den Begriffswelten des vorrevolutionären und revolutionären französischen Denkens und ihre Koexistenz mit denen des nachnapoleonischen europäischen Liberalismus ist so offensichtlich, dass man nicht einmal darauf hinweisen muss. Man müsse in Paris sein, schreibt Korais im August 1830 an Alexandros Condostavlos unter Bezugnahme auf die Troie Glorieuse, die französe Juli-Revolution, um zu erfahren, wie groß die Macht der Bildung gegen die Piranha ist. Er erinnerte damit in Bezug auf die Zweite Revolution an sein Urteil über die Erste Revolution von 1789, über die er in seiner Autobiografie schrieb. Der Aufstieg und die Ausarbeitung der Bildung in der französischen Nation hat die Liebe zur Freiheit geboren. Die Gemüter der Franzosen sind so entflammt, dass man nichts anderes hört als Tod oder Freiheit, schrieb er in seinen Briefen aus Paris nach Schmirner im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts und transferierte damit auf das Osmanische Reich dieselbe Bedeutung von Freiheit und Aufopferung im Namen des glorreichen Todes, die Riegers in seinen bekannten Versen ausgedrückt hat. Kann nur in einem Jahrzehnt der Erlefteri so sein, bei der 40 Jahre Sklavierung und der Gefangenschaft lieber eine Stunde freies Leben als 40 Jahre Sklaverei und Gefangenschaft, ebenfalls ein Transfer, das ist die wahrscheinliche Quelle der Inspiration von Riegers, aus Joseph Edisons republikanischem Theaterstück Cato, A Tragedy. Offensichtlich war auch die Begeisterung von Corais für die wunderbare Nation der Engländer, die einen extremen Grad an Weisheit und Wissenschaft und das Süßeste von allem an Freiheit erreicht, sowie eine Gesetzgebung vorangetrieben hat, auf deren Grundlage jeder die Machtkontrolle auszuüben und in der Presse gegen die Ungerechtigkeiten des Königs selbst zu veröffentlichen. Diese heilige Freiheit, notiert Corais an anderer Stelle, herrschte auch in Athen. Aber da sie keine Zeitungen hatten, entledigten sie sich alle Beschwerden, die sie gegen die Herrscher hatten, hielt sich im Theater und die Komödien von Aristophanes sind voll davon. Als Zeuge der Überführung von Voltaires' Gebeinen in das Pantheon am 10. Juli 1792 gab uns Corais eine Beschreibung, die seine Sichtweise auf die Verschränkungen zwischen Schwert und Feder erhält. Die Kämpfer, Leonidas und Miltiades, reichen nicht aus. Die Gesetzgeber, Aristides und Solon, sind erforderlich. Im Sage war die Inschrift. Dichter, Philosoph, Historiker, er machte einen großen Schritt vorwärts im menschlichen Geist. Er bereitete uns darauf vor, freizuern. Vor dem Wagen stand eine andere Statue Voltaires, auf einem Front sitzend und um ihn herum die Bilder aller großen Männer, auf Stangen getragen, wie Rousseau, Mirabeau und dergleichen. Nach dieser sitzenden Statue in einer kleinen Bibliothek alle seine Bücher in 70 vergoldeten Bänden. Sein erstes Buch war eine Tragödie, Oedipus genannt, wie die die vor Voltaire auch unser Sophocles schrieb. In diesem Klima der Resonanzen, der Freiheit der Modernen, der Engländer, Amerikaner und Franzosen und der Freiheit der antiken Athener konnte die Freiheit der modernen Griechen nicht so verstanden werden, wie das gemeine Volk sie wahrnahm. An seinen Freund Dimitris Lothos in Smyrna schrieb er, Liebe doch die Russen, so viel du willst. Ich bin nicht dagegen. Ich fürchte nur, dass du in deiner Weisheit die Freiheit der Griechen nicht so beurteilst und so erhoffst, wie das gemeine Volk es tut. Die meisten Griechen wünschen sich heute die Freiheit nicht, um weise zu sein und die sklavischen und barbarischen Sitten mit besseren zu ersetzen. Nicht um wahre Hirten nach Hammer der Apostel zu haben, statt der Wölfe, die sich heute unterdrücken, sondern sie wünschen sich, um die Liturgien der Kirche der Hagia Sophia hören zu können, um leichter die Pilgerfahrt nach Palästina zu machen, als ob die Liturgie des heiligen Georg oder der heiligen Frutini in Smyrna nicht so gut wäre, wie die der Hagia Sophia, als ob Gott an von Menschen gemachten Orten lebte und irgendeine andere Anbetung und Verehrung vorzöge als die in Geist und Wahrheit. Das war 1791. Die Vision von der Freiheit der Griechen und die daraus resultierende Entstehung des modernen politischen Denkens in Griechenland innerhalb der 30 Jahre 1791 bis 1821 kann im Rahmen dieser Ausführungen natürlich nicht angemessen dargestellt werden. Der Historiker Vassilis Panagiotopoulos hat die Konturen der Beschleunigung und Politisierung in den Jahrzehnten zwischen der französischen und der griechischen Revolution treffend nachgezeichnet. Seit der Denkschrift von Corais, Memoir sur l'état actuel de la civilisation de la Grèce von 1803, ein Werk, das nach Benedikt Anderson eine verblüffend moderne Analyse der soziologischen Grundlagen des griechischen Nationalismus enthält oder seit der Abhandlung von 1806, hellenische Rechtsordnung, Diskurs über die Freiheit, ellenichino marchia, itiloros, peri elefteriasen. Panagiotopoulos hat ferner die Rolle der Griechen der Diaspora als eine Form von kollektiven Intellektuellen eines spezifischen Typs und als Träger der neuen Reflexion hervorgehoben, die mit der Gesellschaft der Freunde, Philikia Teria, der Geheimorganisation von 1814 im Dienste der Revolutionsvorbereitung entstanden ist. Man ist geneigt zu sagen, dass für die neugrückische Kulturgeschichte das aufgeklärte, revolutionäre und nationale Dreigestirn Bourgeois, Citoyens, Patriot innerhalb dieser westzentral- und osteuropäischen griechischen Diaspora sich vermehrt hat. Diese Prozesse sind sowohl mit Entwicklungen im Reich, separatistische Bewegungen der lokalen Osmanischen Pashas, Reformen von Selim III., als auch mit Ereignissen außerhalb des Reiches, europäische Freimauerei, die Carbonari-Bewegung auf der italienischen Halbinsel verbunden. In diesem intellektuellen und revolutionären Umfeld, in der Zeit nach der Hinrichtung von Riras und seinen Genossen und dem Verlust der Hoffnungen, die durch Bonapartes Anwesenheit im östlichen Mittelmeer aufentstanden, bis zur Gründung der Gesellschaft der Freunde und dem Weg der Revolution zwischen Prutt und Morais, Corais, ein Augenzeuge der aufeinanderfolgenden Etappen der französischen Revolution, vom 14. Juli über den 9. Termidor bis zum 18. Brümair und dann zu Napoleons I. Kaiserreich. Corais hat sich in der Ära der französischen postrevolutionären Melancholie für die Sache der griechischen südlichen Regeneration, der Regeneration Moral, eingesetzt. Sein Reformprogramm für die griechische Bildung und Sprache, die von ihm apostrophierte südliche Revolution, Revolution Moral, verfolgte den Zweck, als Garantie dafür zu dienen, dass die künftige nationale Freiheit der Griechen, die Unabhängigkeit, die Corais in Momenten des Optimismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts setzte, von der universellen Freiheit des freien Menschen begleitet werden würde, so wie sie von modernen politischen Denkern des 17. und 18. Jahrhunderts konzipiert, von den Revolutionären in den Proklamationen der Menschenbürgerrechte dargelegt und in den selben Jahrzehnten Gegenstand von Deliberationen oder politischen Forderungen war. Was die Deliberationen betrifft, so genügt es die berühmte Rede von Benjamin Constant aus dem Jahr 1819 de la liberté des anciens, comparé à celle des modernes, zu erwähnen, für die politischen Forderungen sei an die Freiheitserklärungen im Mittelmeerraum, aber auch in Lateinamerika oder auf Haiti erinnert. Es bleibt heute keine Zeit, das sprachliche und pädagogische Reformprogramm von Corais zusammenzufassen, das er im Umfeld der visionären Intellektuellen der Republik der Termidorianer, der sogenannten Ideolog, republikanisch, antiklerikal und wirtschaftsliberal, in Abgrenzung links und rechts sowohl von den Jakobinern als auch von den Royalisten entwickelt hat. Deren Ziel war es, die Mittel zum menschlichen Wohlsein zu definieren, mit der Unterstützung der Medizin und der Ethik, die Corais mit der Politik identifizierte, als die Wissenschaft, die lehrt, wie man die Menschen regiert, um sie durch den richtigen Umgang mit ihren Leidenschaften glücklich zu machen. Im Hintergrund dieses Programms stand der aufgeklärte Glaube an die Perfektibilität des Menschen, wie in Corais von Marquis de Condorcet rezipierte, und in einem kontinuierlichen Dialog mit der Science de l'homme, der Anthropologie der französischen Ideologen entwickelte. Sie betonten im Rahmen der moralischen und politischen Wissenschaften die Rolle des Gelehrten und die Aufgabe der öffentlichen Bildungsarbeit für den sozialen Zusammenhalt und die politische Rationalität, für das Gleichgewicht von politischen Rechten und politischen Pflichten und die Etablierung des Liberalismus als starken Konsenses im Namen republikanischer Normen, vor allem der Gleichheit vor dem Gesetz und der Rede- und Pressefreiheit. In der politischen Gesellschaft, zu der die Forderung nach Freiheit durch Leonidas und Militärdes führen wird, ist der Gesetzgeber Aristides oder Fokio nachforderlich, um die Freiheit zu erhalten. Die Freiheit muss, um dauerhaft zu sein, auf Gerechtigkeit und Gleichheit der Bürger beruhen. Schreibt Corais wenige Monate nach Ausbruch der Revolution im Vorwort zu der Ausgabe der Politik von Aristoteles in der Schriftenreihe seiner hellenischen Bibliothek. Aber wann ist dieses Werden der südlichen Regeneration durch die Mittel der ideologischen Erziehung abgeschlossen, sodass die Zeit für die revolutionäre Aktion kommen würde, sodass die südliche Revolution von Corais der politischen Revolution selbst weichen könnte, da das vorrevolutionäre Griechenland im Gegensatz zum postrevolutionären Frankreich noch seinen eigenen Leonidas, sein eigen Militärdes im Rahmen eines befaffneten Kampfes für die griechische Freiheit brauchte? Was könnte in diesem Fall die Dialektik von Feder und Schwert sein? Nur wenige Tage vor dem 25. März schreibt Corais in seiner Korrespondenz über die Positionierung der griechischen Frage in ihrem historischen Moment. Was uns heute widerfährt, sieht nicht aus wie die gewöhnliche und alltägliche Arbeit der Menschen, sondern quillt aus dem 19. Jahrhundert und es entspringt derselben Quelle, aus der die Veränderungen in Amerika, Spanien, Portugal, Neapel und gleichzeitig, sagt man auch, von Savoyen geflossen sind, mit dem einzigen Unterschied, dass bei uns die Veränderung noch ein südlicher Vorbereitungsschritt der Politik ist. Wiederholt äußerte Corais während des revolutionären Jahrzehens seine Ambivalenz gegenüber dem, wer verkündete, verfrühten Moment der Revolution. Gleichzeitig könnte sie sich, seiner Meinung nach, als Hemmschuh für den Fortschritt der Bildung erweisen. Im Jahr 1818 schrieb er zum Beispiel, Ich sehe den Orgasmus der Geister nicht mehr jeden Tag, sondern in jedem Augenblick so sehr zunehmen, dass ich angefangen habe zu fürchten, nicht, dass das Volk nicht aufgeklärt wird, sondern, dass es nicht die notwendigen Kenntnisse erlangt, dass einige Personen voller Enthusiasmus versuchen werden, das Joch abzuwerfen, bevor die Zeit reif ist. Im August 1825 wandte er sich an die politischen und militärischen Autoritäten in Navpilion wie folgt. Unsere Apostasie, obgleich immer gerecht, geschah, bevor sie es hätte tun sollen. Der Hass gegen die Türken war um Geburt dann in unsere Sälen gepflanzt, dennoch brauchten wir noch einige Jahre, um dort eine Bildung einzubetten, die fähig ist, Abscheu und Hass gegen jede türkische Handlung hervorzurufen. Mit anderen Worten, Abscheu und Hass für tyrannische Handlungen, die auch von Griechen verrückt wurden. Handlungen, die den Eckpfeilen der Konzeptualisierung der Freiheit nach Korais zu widerliefen. Gleichheit, Gerechtigkeit, Jugend und Bildung. Aber wie die Historikerin Elis Copeter 1987 in einem frühen Artikel mit bitterer Ironie kommentierte, hier haben wir mit nichts Geringerem zu tun, als mit der Forderung, dass die Geschichte stillstehen soll, bis die Griechen die Moderne eingeholt haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Handeln von Korais angesichts der Ereignis der griechischen Revolution von den Spannungen geprägt ist, die sich in der doppelten Konzeption der Freiheit niederschlagen, der nationalen des Schwertes und der universellen der Feder. Und anders gesagt, der Eroberung der nationalen Freiheit und der Bewahrung der Freiheit innerhalb eines liberalen Staatswesens. Ich bin verrückt in der Liebe zur Freiheit, aber ich liebe auch, mein Freund, die Gerechtigkeit. Freiheit ohne Gerechtigkeit ist reiner Raub. Das schrieb er während der französischen Revolution und es wird sein facettenreiches Handeln zwischen 21 und seinem Tod 33 leben. Sowohl seine zentrale Rolle innerhalb der transnationalen Netzwerke des Philellenismus als auch das deliberative Genus der Rhetorik, das er in seinen politischen Essays und seiner Korrespondenz fleckt. Das ist nicht der Ort, um einen Überblick über den unermüdlichen Feldzug von Korais für die Freiheit der Griechen zu geben, denn dazu müsste man die langen Prolegome, die Dialoge und die anonymen Pamphlete, die er in diesen Jahren veröffentlichte, mit einbeziehen. Vielleicht sollten wir jedoch abschließend lediglich auf das Ziel aufmerksam machen, das er als äußerst dringlich erachtete. Die Einrichtung einer Bibliothek der Freiheit, des Wissens der antiken und modernen Denke, die die Zukunft der politischen Gesellschaft in Griechenland garantieren könnte. Korais selbst nannte in seinem Vorwort zu Plutarichs philosophischen und politischen Ratschlägen von 1824 dieses Wissen Episteme des Eleftheriers, Wissenschaft der Freiheit. Im Zentrum dieser Wissenschaft stand die lexikografische Arbeit von Korais, eine Arbeit, die dem entspricht, was Michel Foucault im Kontext der klassischen Episteme als Kritik bezeichnet hat und die sich artikuliert durch eine Befragung der Worte und der Bestimmung der Beziehung zwischen dem Intellekt, den Worten und der Welt, die sie repräsentieren. Im Fall der Freiheit der Griechen bestand für Korais die dringende Notwendigkeit, den Begriff der Freiheit ständig zu definieren und gleichzeitig jene Vokabeln zu bilden, die den modernen griechischen State Building Prozess als einen vom liberalen Konstitutionalismus beherrschten Nationalstaat informieren sollte. Es genügt, an die Worttabelle zu erinnern, die er seinen Notizen über die provisorische Regierung Griechenlands von 1922 beifügte oder neben vielen anderen Beispielen an die Worttabelle, die er mithilfe von seinem Sekretär Philippus Furnareichis für die griechische Übersetzung des Werkes des liberalen Politikers und Ideologen Pierre-Claude-François Donon Essay sur la Garantie individuelle im Jahre 1825 vorbereitet hat. So schrieb er im Vorwort zur Politik von Aristoteles vor genau 200 Jahren. Wenn wir betrachten, wo die Zwietracht in den Nationen geboren wird, werden wir keine andere Quelle finden, als die Unkenntnis der Bedeutung gewisser Worte, die jeder Mensch täglich im Munde führt, aber nur sehr wenige kümmern sich darum, ihre wahre Bedeutung und ihren Sinn zu lernen. Wer spricht nicht oft die Namen Wohlsein, Jugend, Gesetz, Freiheit aus? Aber wie viele von denen, die sie aussprechen, verstehen wirklich die Dinge, die sie bedeuten? Und doch ist aus der Ungewissenheit darüber das Elend aller Nationen entstanden. Lassen Sie also untersuchen, wie alte und neue Philosophen sie verstanden und erklärt haben. Wir wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach 200 Jahren Globalgeschichte nur als Wut, dass die Geschichte nicht stillstand, bis dieses mit Jürgen Habermas gesprochen unvollendete Projekt der Moderne im menschlichen kommunikativen Handeln der rationalen Argumentation und des Konsenses der intersubjektiven Anerkennung beweisen kann, dass die herrschaftsfreie Feder kein stumpfes Schwert ist. Es ist heute auch nicht der passende Anlass, das Nachleben des Republikanismus und Liberalismus von Korais in Griechenland bis zum Ende der Militärdiktatur 1974 Revue passieren zu lassen. Seine Zeitgenossen haben auf jeden Fall am 9. April 1827 während der dritten Nationalversammlung in Trissina die Dankbarkeit der Nation mit folgendem Beschluss ausgedrückt. Griechenland gratuliert Ihnen hervorragender Mitbürger und teilt mit Ihnen die Freude über seine Auferstehung. Sie ist Ihnen dankbar, dass Sie sie mit dem unschätzbaren Geschenk ihrer hervorragenden Schriften gesegnet haben. Die Liebe der Griechen zur Bildung ging von der Aufklärung aus, die ihre Prolegomena viele Jahre lang in ihren Herzen eingepflanzt haben, von den Büchern, die ihr Patriotismus dem Vaterland geliefert hat, von den Schulen, die durch ihren Weisenrat gegründet wurden. Aus solchen wohlwohlenen Ursachen resultieren die Güter der Freiheit, die ihre Mitbürger heute genießen. Solche unschätzbaren Güter sind der Dankbarkeit von Generationen und Jahrhunderten würdig. Eine letzte Frage, um den bilateralen deutsch-griechischen Bogen zu sparen. Was erfuhren die deutschen Bourgeois, Citoyens und Patriots von Adamantisch-Koreis in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts? Das Bild, das die deutschen Zeitschriften der Zeit vermitteln, ist einstimmig, das eines neugriechischen Nestors, des ehrwürdigen und gebildetsten, des für sein Vaterland verdienstlichen Griechen. Seine Schriften haben ebenfalls in deutscher Übersetzung ein mutatis mutatis, breites Eko gefunden. Karl Jakob Icken hat 1822 in seiner philellenischen Zeitschrift Hellenion die Denkschrift über den neueren Zustand der Zivilisation in Griechenland von 1803 auf Deutsch veröffentlicht, die für den göttindischen gelehrten Anzeiger manche zum Verständnis der griechischen Insurrektion unentbehrliche Daten enthält. Und last but not least, die Proleromener von Koraes zur Ausgabe der Politik von Aristoteles erschienen 1823 in zwei deutschen Übersetzungen. In Zürich von Johann Kasprach von Aurelli mit dem Titel Adamantisch-Koraes politische Ermahnungen an die Griechen und in Leipzig von Icken als vom alten und neuen Hellers Worte an die griechische Nation. Aber auf Koraes und den deutschen Philhellenismus werden wir im November in der Konferenz des Zentrum Modernes Griechenland näher eingehen. Die deutsch-griechische Dimension der heutigen feierlichen Veranstaltung wird mit dem nachfolgenden musikalischen Beitrag unterstrichen, einem Zamekostanz, allerdings mit der Musik von Manus Rezivaitis und in den Worten von Nikos Gansus. Von Epirus nach Morea und aus dem Finstermis in die Freiheit, das Fest dauert viele Jahre im marmornen Restplatz des Todes. Die Antwort ist, dass er staurance, regionalisiert nach muss, also почему der Kids-Koraes mit diesen Protest aust Dave den musik Wir